Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Daseinsvorsorge. Wenn euch dieses Thema gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich gewünscht. In politischen Diskussionen kommt immer wieder die Frage, wie viel Staat und wie viel Privatautonomie gut ist oder schlecht ist. Was gehört in die öffentliche Hand und was sollte durch die Wirtschaft geregelt werden? Ich vertrete die Auffassung, dass so viel wie möglich durch die Wirtschaft geregelt werden muss, um dem Bürger die Freiheit zu erhalten. Wenn es allerdings um die Daseinsvorsorge geht, sollte der Staat dafür sorgen, dass jeder Bürger diese auch finanzieren kann. Elemente der Daseinsvorsorge gehören in die öffentliche Hand. Die meisten Sachen zumindest davon. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Essen und Trinken zur Daseinsvorsorge gehört und nach der vorgenannten Theorie auch in die öffentliche Hand gehören müsste. Dem ist aber nicht so. Die Masse an unterschiedlichen Lebensmitteln und die Zahl unterschiedlicher Geschmäcker ist so groß, dass der Markt und somit die Wirtschaft diesen Bereich bezahlbar und erträglich regelt. Aber auch hier muss es zu Entlastungen kommen. Der Staat muss seine Finger da herausnehmen. Anstelle der großen Frage, wann 19 und wann 7% Mehrwertsteuer oben werden, muss hier eine entlastende und vor allem vereinfachende Regel gefunden werden. Produkte, die als Lebensmittel nutzbar sind, sollten prinzipiell von der Mehrwertsteuer befreit sein. Es macht keinen Sinn, die Kartoffeln mit 7% zu versteuern, die Süßkartoffeln allerdings mit 19%, wie es derzeit der Fall ist. Ernährung ist Daseinsvorsorge und sollte steuerlich nicht belastet werden. Leben ohne Wasser ist unmöglich. Demnach eine ganz klare Wichtigkeit im Rahmen der Daseinsvorsorge. Derzeit ist Wasser aus der Leitung mit 7% versteuert, aus der Flasche zum Trinken jedoch mit 19%. Da Wasser lebensnotwendig ist, sollte Wasser komplett von der Mehrwertsteuer befreit sein. CO2, also Kohlensäure, die in Getränken verarbeitet ist oder für Getränke vorgesehen ist, sollte ebenfalls unversteuert bleiben. Wasser kann versteuert werden, wenn es in nicht essbaren oder nicht trinkbaren Materialien verarbeitet wurde. Allerdings ist auch Hygiene ein wichtiges Daseinsgut. Fehlenhygiene kann krank machen. Da Hygieneartikel nicht verzehrbar sind, aber dennoch zur Daseinsvorsorge gehören, sollte hier der verminderte Mehrwertsteuersatz von 7% greifen. 19% nur bei Artikeln, die nicht lebensnotwendig sind oder zur Erhaltung der Gesundheit, keine direkte Rolle spielen. Mit diesen Steuerentlastungen nimmt man den Staat, also die Öffentlichkeit, komplett aus diesen Bereichen der Daseinsvorsorge heraus. Der Staat muss lediglich auf Steuereinnahmen verzichten. Allerdings muss die Lieferung, Aufarbeitung und Reinigung von Wasser in der öffentlichen Hand verbleiben. Es muss sichergestellt sein, dass jeder Haushalt zu jeder Zeit mit Wasser versorgt ist. Dieses möglichst kostengünstig. Mit der Aufarbeitung und Reinigung von Wasser sollten keine Gewinne erzielt werden. Nur die Kosten für die Aufarbeitung und Wartung der Wasser- und Abwasserleitungen sollte durch den Wasserpreis gedeckt sein. Genauso gehören Reparaturen dieser öffentlichen Leitungen in die öffentliche Hand. Grundstückseigentümer sollten niemals für Reparaturen öffentlicher Leitungen und Rohre zur Kasse gebeten werden. Mehrwertsteuer sollten vollständig entfallen. Das Thema Hygiene haben wir bereits angeschnitten. In dem Sinne sollte auch die Entsorgung von Müll vollständig in öffentlicher Hand sein. Die Kosten für die Entsorgung und Aufarbeitung von Müll muss gedeckt sein. Mit der Müllentsorgung sollte aber niemals Gewinne erwirtschaftet werden. Um den Preis für die Müllentsorgung möglichst kostengünstig zu halten, soll der Erlös von recycelten Rohstoffen, die aus dem Müll gewonnen werden, zugunsten der Bürger mit dem Verkaufspreis verrechnet werden. Für die Haushalte sollte die Müllentsorgung nicht mit zusätzlichen Steuern oder Gebühren belastet sein. Bevor Sperrmüll wild entsorgt wird, sollte diese Entsorgung kostenfrei zur Verfügung stehen. Bis jetzt haben wir uns für die Daseinsvorsorge um Lebensmittel, Hygieneartikel, Wasser und die Müllentsorgung gekümmert. In einer technischen und elektrifizierten Welt, in der wir leben, ist Strom ebenfalls ein Gut der Daseinsvorsorge. Ebenso Energiemittel, die zum Heizen der Wohnung erforderlich sind. Somit sollten auch Strom, Fernwärme und Gas in öffentlicher Hand verlagert werden, sodass dieses steuerfrei möglichst günstend für jeden zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Mit Strom und Energie sollten, wie bei anderen Daseinsvorsorgeprodukten, ebenfalls keine Gewinne erzielt werden. Die Kosten müssen sich auf die Herstellung und die Bereitstellung beschränken. Viel wichtiger ist hier, dass keine lenkenden und erzieherischen Kostenspiele mit Gütern der Daseinsvorsorge vorgenommen werden. Der Staat muss auch sicherstellen, unabhängig wie der Strom generiert wird, dass er immer und in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob eine Telefon- oder Internetleitung ebenfalls zur Daseinsvorsorge gehören soll oder nicht. Meiner Meinung nach gibt es da ein Problem. Wenn wir die Kommunikation in die staatliche Hand geben, werden wir kontrollierbar. Aber ich bin auf eure Kommentare gespannt. Zum Schluss sehe ich auch die Gesundheit als einen Punkt der Daseinsvorsorge. Da die Gesundheit durch die Kranken- und Pflegeversicherungssysteme sichergestellt wird, ist hier die öffentliche Hand nicht erforderlich. Jeder Bürger ist zur Zahlung dieser Versicherungsbeiträge verpflichtet. Es darf dabei dann aber auch keine Einschränkungen geben, wenn ein Arzt die Notwendigkeit einer Behandlung festlegt, was durch die Versicherung gezahlt wird und was nicht. Eine Budgetierung von Ärzten darf es nicht mehr geben. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr andere Ansichten seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um drüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.